willkommen zurück zu einer weiteren runde cyberpunk so machen wir mal weiter ich habe schon die nächsten sachen markiert und zwar wollten wir wie ich auch noch einmal kurz zu einem fahrzeug können wir uns wenigstens mal angucken und aber davor müssen wir einmal ein bisschen in die seite reinfahren die der gps in der richtung ist okay wird das aber hier reinfahren fühlt mich das gps hier schon wieder hin ich vertraue einfach mal den gps na gut wir können jetzt nicht jedes verbrechen immer aufhalten bis auf das dahinten muss ich mir sowieso markiert hatte ich habe keine probleme so was ist hier los neutralisiere die bedrohung okay so und fertig war das jetzt die gesamte bedrohung vor den vor allem so alles könnte man hier der hat noch was finde den richtigen konnte ah oh oh ja siehste das hat sich doch schon wieder gelohnt komponenten und co das hat sich doch mal richtig gelohnt nein das wollte ich nicht ich drücke zwar immer n aber das war eigentlich nicht das was ich wollte da na gut denn genau don't walk schau ich mir mal das andere fahrzeug mal an wenn ich es jetzt nicht instant für hübscher finde dann wird es auch nicht gekauft aber ich habe keine ahnung wie die ganzen Fahrzeuge jetzt hier aussehen und ob es sich überhaupt lohnt die ganze Fahrzeuge zu kaufen naja es ist schon okay aber aber ey du sei vorsichtig aber es ist nicht das was ich gerne haben wollen würde das heißt ich guck mal da hinten da sollen wir irgendwo was erwischen Sonja hat den Typen ausgecheckt meinte er wäre gar nicht so übel hier ist was faul genau hier ist was faul und zwar mordsmäßig Kame Boings uh da ist noch einer es scheppert schon wenn wir mit Straßenschläger rein boxen ne ich hoffe wir gewinnen dann irgendwann die vier Boxkämpfe die wir machen müssen um ins Finale zu kommen aber ich würde das ja schon interessieren aber wir müssen halt nur so viel leveln und vielleicht auch noch mal ein paar Upgrades so machen aber die tun uns ja auch so gut also sprich machen wir ja nicht umsonst und vielleicht finden wir ja auch bald mal bessere Klamotten so jetzt haben wir hier hinten die nächste Gefahr wer weiß was da ist joa Abhinder und unbedingt noch mal ein Bein Modifikation also ich müsste mal gucken irgendwo hier vielleicht eine Ripperdoc noch ne kein Ripperdoc zu sehen wer bist du? seh mir das mal an was siehst du dir an Werden hier Drogen gedealt oder was? Darf ich hier überhaupt stehen? so langsam gehst du mir auf den Sack hab ihn ok scheinbar nicht wir werden angegriffen denn boxen wir sie einfach um dann machen wir es halt so dann machen wir es halt so ist immer so die Frage so darf man dann denn auf einmal nicht mehr stehen? haben die die Straßen gemietet? weil der hat ja jetzt noch nicht mal gesagt so ja geh mal hier weg oder so ne oder verpiesel dich hey hey kleiner Job für dich Maelstrom hat nen Malorian Van geklaut und in einem ihrer Verstecke geparkt geh zu der Adresse anbei und hol den Splitter aus dem Van soll heißen du beklaust ein paar Diebe mehr Infos findest du im Anhang ok was ein scheiß die wird auch gleich aggressiv ich wiederhole mich ganz so blöd bist du wohl doch nicht okay die hält ordentlich was aus da muss ich vorsichtig sein ah Gefahrmittel gut da muss ich vorsichtig sein los 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 war hier nicht eben noch einer? ja jetzt wollte ich mich wieder überhitzen ja das Spiel spielt man aber zu zweit Synapsen Burnout ok hat Gutschaden gemacht weil er runtergefallen ist ich weiß es so alles muss man selber machen ja genau alles muss man selber machen abpacken und schneiden yeah oh 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 ah die Überhitzung und ich sollte mir echt noch bessere Stimpaks bauen oder so da oben ist noch ein Sniper na warte du bist als nächstes dran da bin ich mir nicht so sicher bist du dir sicher? so einmal aufpumpen und batz so macht mal den hier weg Zeit für ein bisschen Spaß ja das sehe ich auch so er war schön unten rein ne ja jetzt hör mal auf mich hier anzufeuern wenn du das warst so wer ist hier noch ein Schlappschwanz ah warte komm her hier hat noch nicht gereicht wa? hier bringt deutlich mehr ein auf jeden Fall ging das jetzt ein bisschen fixer durch ne gut da vorne ist jetzt nur Kameras ne ist nicht das Richtige machen wir die Tür wieder zu hier soll das aber so ah hier oder? noch ne lila Pistole nehmen wir auch mit hoppala ne willst du die Pistole da nicht aufnehmen oder was das auch immer ist? ne scheinbar heute nicht gut dann gehen wir noch einmal kurz raus weil wir sollen das Gebiet ja jetzt wieder verlassen aber hier liegt auch noch einer mit Zeug und so aber gut gehen wir raus ups so natürlich direkt hinter mir hier ja brauchst du gar nicht hüpfen ich werd auch hüpfen können ah schlimm so gehen wir hier einmal ab bei der aus dem fahrenden Auto ausgestiegen hier so Mission abgeschlossen danke für den Splitter kann ich gut gebrauchen auftrag erledigt ok wunderbar so dann haben wir hier noch eine Mission mit sehr niedrig das ist das Fahrzeug gewesen und hier haben wir noch eine mit sehr niedrig auch wieder so ein kleptomanie Ding oh das gibt schön Geld das gibt schön Geld so dann hier einmal rum und auf zum nächsten damit sich der nächste Besuch beim Ripper Dog extrem lohnt hey wie wie läuft's lebst du noch ich hatte nämlich einen Job für dich du musst eine Aufnahme von einer Meldstrom Initiation klauen im Anhang erfährst du mehr na gut hauen wir erstmal hier die ersten weg oder hauen sie raus kann man sehen wie man will na Tür auf hier oh Hau Schlappschwänze so wer ist jetzt hier ein Schlappschwanz zumal ich mach euch alle fertig ohne irgendwelche Waffen zu benutzen hier so machen wir das Ding hier erstmal kurz alle und hier ist noch eine Kamera weisen wir mal kurz die Tür auf steh unter Beschuss hinter unter Beschuss vor allen Dingen okay man kann sie eigentlich auch so ausschalten aber ich glaube mal so macht mehr Spaß so hier ist nichts außer hier lag nochmal was hier was auch nicht gehen in den Serverraum na der müsste ja dann irgendwie unten im Keller sein oder oben genau verstecken bringt nichts deswegen haue ich dir gleich eine rein gebe ich dir voll und ganz recht so und jetzt machen wir mal auf hier naja wir werden dich nicht verfoltern oh oh so ja Jahrzehnte Jahrhunderte okay du brauchst mich nicht suchen ich komm doch schon zu dir so einmal alles mitnehmen und jetzt müssen wir ja hier irgendwo im Serverraum schon längst dran vorbei gewesen sein okay hier ist kalt okay klau die aufnahme der operation ja komm komm haben wir dann kommen wir aus der Klinik auch dort kommen wir hin das ist nur eine Frage der Zeit komm ich dich auch na komm hoch hier ähm ich hoffe du wolltest jetzt nicht mich um nieten hier Kollege ist noch was hier los das gefällt dir nicht das gefällt dir nicht okay Auftrag erledigt wunderbar das hör ich gern so der hat hier aber ordentlich äh bisschen Massenkarambolage gemacht wa gut gucken wir mal was haben wir jetzt sonst hier noch so in der Ecke natürlich hier wieder was kleines aber ich denke mal so eine kleine Nebensmission die macht mehr spaß jetzt gucken wir mal wo ist das Auto da ja und einsteigen okay unsere bestie kann sich mit einem LKW messen auch nicht schlecht ja dann blockiert hier nicht die Straße muss ich auch nicht ran wartet wir wo wäre er denn jetzt hier mit mir hin das war sehr knapp bei der hätte ich ihn umgenietet so oh ähm wie in Northside ist gerade die Hölle los und jetzt haut Maelstrom offenbar schleunigst ab finde für mich raus was da los ist okay ha 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 Blut Machen wir mal einen Ping Machen wir mal einen Ping ist du alleine? ja hat er mich geblendet? ich kann mich nicht bewegen ah jetzt ja hier auch noch abhauen so hier haben wir schöne gepolsterte Stiefel ja hier auch noch abhauen Nummer alles und leb wohl lies leb wohl gut machen wir gleich das äh Splitter leb wohl Tamara ich versuche schon die ganze Zeit dich zu erreichen seit die mich geschnappt haben ich weiß dass du nach mir suchst aber bestimmt findest du mich früher oder später aber ich weiß nicht wie ich es dir leichter machen soll ich glaube nicht dass ich es ins nette schaffe hätte dir zuhören sollen als du mir mehr darüber erklären wolltest aber jetzt bin ich am Arsch ehrlich gesagt glaube ich eh nicht dass du mich noch wieder erkennen würdest ich erkenne mich selbst kaum sollte mir einfach eine Knarre in den Mund stecken und diesen Albtraum ein Ende bereiten ich bin eh ein Monster jetzt scheiße die Gang will mich bestimmt auch nicht mehr haben außer ich zieh mir nen Sack über den Kopf und hab so riesige Schaufelhände und abstoßende rote Augen ich denk die ganze Zeit an deine Kumpel die mich immer vor dir schlecht geredet haben dir gesagt haben du sollst dich nicht um ein Valentino einlassen weil er dich eh bloß für wen anderes verlässt und spurlos verschwindet die werden sich jetzt alle auf die Schulter klopfen und ich hab's dir ja gesagt rufen aber das stimmt alles überhaupt nicht das macht mich alles völlig loko so als würde mein Schädel gleich explodieren der Druck steigt und steigt und ich habe keine Ahnung was passiert wenn es zu viel wird ok ja gut dann schicken wir ihr mal kurz die Sachen ähm Nachrichten wo haben wir sie Judy ne jetzt finde ich sie wieder nicht so Tab Nachrichten öffnen und hier haben wir es doch unser Junge war Valentino mein nicht Maelstrom hat sich wohl Feinde bei den Borgfressern gemacht und die dachten sich sie feiern dieses Jahr etwas früher Bescherung haben ihn wie ein Sünd Weihnachts mit Implantaten vollgestopft und dann nur gewartet und zugeguckt wie er durchdreht würde mit jedem passieren der so schnell geschippt wird dass der Körper hatte nicht genug Zeit um sich an die Cyberware anzupassen und er wurde zu einem Psycho zum Glück hatte er noch etwas Kontrolle über sich so konnte ich ihn still ausschalten ok sieht aus als ob der unser Junge sie nicht mal reizen musste vor einer Weile hat Maelstrom verbreitet dass sie Freiwillige für den Test von neuer Cyberware suchen hat sich natürlich niemand gemeldet also haben die Borgfressern einfach Leute von der Straße aufgesammelt die Valentinos haben schon eine Weile nach den Jungen gesucht nicht zu vergessen der Runner der seine Datenfühler im Netz ausgestreckt hat um ihn zu finden jedenfalls muss er sich irgendwann befreit und sein Leben gekämpft haben und die Maelstromer haben das Ergebnis ihrer Forschung am eigenen Leib erfahren mit der Aktion haben sie sich prächtig selbst in den Arsch gefickt echt gut dass du den Kleinen ruhig stellen konntest er ist noch jung und mit der richtigen Hilfe kann er lernen mit seinem neuen Zustand umzugehen das ist natürlich nicht so toll das sind ja schon keine Psychosen mehr das ist ja schon quasi manchmal Folter aber Mission abgeschlossen dass ihr euch alle ins Gesicht geschossen habt selber schuld würde ich sagen selber schuld gut gucken wir mal was haben wir jetzt noch so auf der Karte jetzt haben wir hier noch ein Verdacht auf organisiertes Verbrechen das können wir zwischendrin einfach mal rein nehmen und dann könnten wir eigentlich noch mal zum Cyberdokdok gehen weil ich dürfte mir doch jetzt eigentlich nicht meine Beinprothesen leisten können also Lambson fühle ich mich ja auch schon wie ein halber Cyborg hier einfach alles ersetzen was irgendwie menschliches nachher wenn ich ein Robo höre Schlimm so gucken wir mal dass wir da jetzt unten runter kommen ah jetzt will er hier wieder lang hier ist ein Tunnel es macht Sinn hier sind wir ja schon mal lang gefahren ich glaub das war damals mit dem ähm mit dem Mörder der seine Schuld Moment da muss ich helfen ich kann mir hier nicht sämtliche Punkte immer entgehen lassen genau das ist es doch nicht wert hat er doch gerade gesagt so putz putz kein organisiertes Verbrechen hier gut dass du da warst ich dachte schon den Löffel ab ja musst du heute nicht war ich doch mega nett oder nicht so jetzt einmal schnell hier in die Bestie wieder einsteigen so einmal halten so einmal halten er ist vorbestraft wegen unlizenzierter Arbeit als Ripperdog sowie Mordes wofür er zum Tode verurteilt wurde die Stadt bietet eine Belohnung für die Eliminierung von Herzog und Meldstrom okay das heißt wir schießen uns mal den Weg frei um auch mal ein bisschen was anderes zu leveln als immer nur die äh wunderschönen Fäuste gerade weil es ist sowas hier Haltet ihn mir vom Leib genau haltet ihn mir vom Leib das ist nicht mitgekriegt so kurz nach oh nein hat es nicht der Panzer lebt immer noch ja so schon mal nachladen dann wollen wir mal gucken hier na haben wir noch welche er kippt gerade erst um wo das herkommt gibt es noch mehr echt? okay nehme ich doch gerne an so irgendwas mit schneller nachladen wäre vielleicht nochmal cool okay Schema Unti okay wird mir gleich auch noch gezeigt was das ist Vernichtung haben wir jetzt auch äh Trefferchance mehr erhöht okay wäre also auch nicht mal so schlecht wenn wir mal hier ein bisschen zwischendrin solche Aufträge erledigen oh das hat ja auch noch mal ein bisschen was da gelassen ich bin jetzt sogar überladen mittlerweile oh 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 das heißt ich kann jetzt hier nur noch schleichen sei denn ich mach mal kurz ach wir haben ja sogar noch mal eine stufe gekriegt das war auch äh Traglast mit drin ne Gesundheit Ausdauer Schaden mit den Fäusten und Guerilla Armen wird um 3 erhöht Schaden mit Nahkampf äh Waffen wird erhöht Bewegungstempo packen äh verringert Dauer ne ich glaub schon auf jeden Fall müssen wir das sowieso erstmal ein bisschen mitnehmen und denn deine Gesundheit regeneriert sich 25% schneller beim Laufen ähm erhöht den Schaden den du verursacht während du jemanden trägst ermöglicht das Schießen beim Sprinten rutschen und klettern das klingt eigentlich nicht schlecht nehmen wir erstmal rein so gucken wir mal dass wir hier einmal kurz äh was zerreben damit ich mich bis jetzt schneller bewegen kann so ikonische Waffen wollte ich jetzt nicht wegnehmen die Nova kann ich aber wegnehmen die sah jetzt nicht so interessant aus müssen wir auch bald mal in unser Apartment oder so oh was haben wir hier eigentlich ne Powerpump Gun hmmmm ne nicht so wirklich also die andere fand ich jetzt schon ganz cool wäre sie jetzt ne ikonische Waffe hätte ich es mir überlegt und ich oh ja oh ja wir haben sehr sehr viele Items mit uns äh rumschleppend so jetzt kann ich mich auch schon wieder ein bisschen bewegen gut dann gehen wir einmal kurz raus hier haben wir jetzt sauber gemacht und noch was war ja hier in der Nähe oder? ja gut doch der Ripper Dog war noch in der Nähe so dann wollen wir mal gucken ob wir uns jetzt nicht die Sprungkraft leisten können hey pass auf hier passt du doch auf Mensch gibt's doch hier nicht dann wollen wir mal schauen ob wir dann damit und oder was er jetzt konzipiell so im Angebot hat das würde mich jetzt erstmal interessieren ja Verbrechen kann ich grad nicht vereiteln klar war das Absicht jeder surft so um die Kurven so dann gucken wir mal was der Ripper Dog hier so drauf hat und ach das ist er hier hier wollen wir ja auch schon mal gut dann wollen wir mal gucken du hast natürlich auch was für die Beine sehr gut gedrückt halten um die Sprungkraft zu laden und lass dann los um zu springen oder drücke in der Luft Leertaste um einen Doppelsprung auszuführen hm Doppelsprung oder Sprungkraft zu erhöhen hm was nimmt man denn da als erstes ich glaub mal den die Sprungkraft aufladen das hört sich cool an hier haben wir auch nochmal frei was haben wir hier erhöht die Panzerung um 90 ja denn rein damit das heißt ich kann aber auch nur ein Panzerungs Mod reinpacken ja nicht weiter schlimm das haben wir hier in den Synapsen dafür sind wir immer noch zu doof für Augen hat er auch keine besseren hat er hier hat er 11 sogar 15 Kondition ok jo stell sofort 10% Gesundheit wieder her nachdem du voll aufgeladene Waffen komplett entladen hast ja gut das bringt uns jetzt nicht so viel 30% Ausdauer wieder her wenn du einen Gegner neutralisierst ja wir haben hier 20 hm und 2 Punkte ne so Immunsystem haben wir hier vielleicht noch ne da haben wir gar nichts Arme da haben wir jetzt derzeit die Gorilla Arme in lila und die Mantis Kling haben wir ja auch nochmal die könnten wir ja auch jederzeit aus wechseln hm ne aber ich glaube da bleiben wir auch erstmal dabei bei der Cyberware ne da hast du sowieso nur Müll das heißt wir haben jetzt eigentlich schon wieder ein schön weiteres Update so dann wollen wir mal gucken wenn ich jetzt mal hier ne Runde hoi 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 alter ich hab nie wieder Probleme beim Klettern alter Schwede cool ich glaube jetzt sollte ich auch definitiv Fallschaden ähm vermindern lassen alter nice ich glaube das ist besser als Doppelsprung dafür kriegen wir sogar Athletik weil ich hier rumspringen wie so ein Berserker oder was ok ja don't walk ne läuft doch langsam jetzt kann ich hier richtig zum Kletteraffen werden ist das cool Moment huuuu au 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 aah ja das ist äh meine Blutpfütze hehehehe ok muss ich vorsichtig sein aber ist cool gut dann würde ich sagen machen wir jetzt hier an dieser Stelle mit einem hohen Sprung, ein Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder, also schaltet wieder ein und bis denn